Wir haben die Fähne schon gefangen. Tja, wir werden aber nicht wirklich unser College. Welcome to Luxemburg. Aber wir wären bei weitem nicht in Christ. Welcome to Belgium. Oh nein, wer... So gut sie können, war... Hm, das ist ein Manns. Aber sie sind immer gleich von heute. Siege sind, wird kein Sinn. Porque o crescimento é um estado de espírito. E não é uma questão de ter mehr. Aber wir sind wie sie mir. Sie haben die Mühle und Ingenie. Wir sind ein Wunderschön. Wir sind ein Wunderschön. Wir haben die Wunderschön. Wir haben unsere Entscheidung. Es ist ein Wunderschön, aber wir haben die kleinen Tane. Wir haben ein schönes Wunderschön. Wir haben die Tee geprüft. Die Luxemburgers kreieren keinen Verlust von Identität. Sie haben Vertrauen in die Kraft ihrer nationalen Charakter. Luxemburg lebt, denkt und planiert internationalt. Das ist ein gemeinsames Land. Gemeinsames Land.